Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Urbanium. Heute mal wieder mit einer Partie Dragonbox Universe 2. Und ja, ich spüle jetzt hier einfach mal weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, mit meinem Charakter Urbanium. Der jetzt auf Level 9 ist und wir schauen jetzt mal, was wir heute hier Cooles erleben können. Heute ist ja bei mir der 29.11. und ja, da spielst du jetzt schon ein paar Tage alt. Ich habe selbst immer wenig Zeit zum Spielen umtan, deshalb machen wir aber jetzt trotzdem weiter. Und ja, ich laufe jetzt erstmal zu unserem Questgeber. Schauen, ob mir hier einer wegnet. Da vorne steht auch schon irgendwas. Eine Teleportstation, was ist das? Ah, hier kann ich mich in verschiedene Bereiche teleportieren, okay. Ah, aber erstmal noch nicht. Oh doch, wir probieren es mal aus. Wollen wir mal zur Capsule Corporation teleportieren, ob das alles so funktioniert. Really? Ah, zack. Jawohl. Ah, cool, da sind wir schon. In der Capsule Corporation. Oh. Jetzt bin ich hier in der Capsule Corporation. Da hinten steht Bulma. Welche Bulma ist es? Die ältere. Aber auch nicht die ganz alte, sondern die vom normalen Alter. Okay, hier kann ich nichts machen. Bis jetzt. Da steht Vegeta da hinten. Da kann ich zu dem Konko gehen. Da gehe ich hier gleich auch mal hin. Okay. Wahrscheinlich auch ein Trainer. Ah, okay. Das kann man ja machen. Bei der Capsule Corporation kannst du Fähigkeiten gegen Vegeta auf die Probe stellen und nützliche Ausrüstung herstellen. Aha. Okay. Man kann hier gegen Vegeta kämpfen und mit der Fähigkeiten Maschine herstellen. Wenn du ganz auslösst. Okay. Irgend so ein Kuckucknalle kann man da herstellen. Die Seltenheit von Kostümen. Wirkt sich auf die Qualität aus. Okay. Ah, okay. Kann man quasi die Gegenstände herstellen. Ja. Ja. So. Jetzt gehe ich noch zu den Fähigkeiten Maschinen. Da steht jetzt was. Welcome. I'll go von- Okay. Ok, jetzt habe ich das mal getestet, naja, hat ein bisschen Geld gekostet, naja, gut. Wird man vielleicht mal später brauchen, ist jetzt nicht wichtig. Es wird immer noch durch die Welt geschickt wird, also das ist schon verrückt, was man für jetzt schon eine Stunde und wird überall noch hingeschickt, dass man alles erleben kann. Oh, ich habe das Buchhaus, ah ok, man geht immer so in kleine Weltenhaus. Was kann ich hier machen? Ok. Man soll die Familie vergrößen, ok, jetzt was zu essen somit. Das wäre lustig. Man muss dem Buch hier Essen geben, dann kriegt man Charaktere und die Charaktere suchen Sachen dann für ein, ok. Gucken wir mal, wie das von innen aussieht. Ui. Juhu! 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 Aha, gute... Gut, eine Mission. Erhöhe die Anzahl der Booths. Alles klar. Na gut, hier kann ich jetzt erstmal noch nicht mehr machen. Na gut, das kann man jetzt wohl in verschiedene Bereiche machen. Aber, ich will jetzt erstmal, ähm, ich will jetzt erstmal wieder kämpfen. So. So. Wo gehen wir denn hin? Da ist ein blaues E. Blaues ist ein Quest Event. Gehen wir nochmal hin. Hä? Voll ein Stein hält nicht auf. Auch nicht schlecht. Ah, rote Sachen kann man Sachen einsammeln. Diese rote Punkte ist auch schon mal gut zu wissen. Hier müsste noch was liegen. Ich will eigentlich... Hm. Naja. Anscheinend wohl doch nicht. Gehen wir mal auf zum blauen Fragezeichen. Äh, zum blauen Ausrufungszeichen. Gucken was da abgeht. Dragon Ball Podest. Irgendwelche Kapseln. Ah, okay. Kann ich hinlaufen, um meinen Wunsch zu erfüllen. Hm. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh, ich springe einfach. So. Bambuswald. Und hier ist irgendwas. Da. Der Mensch, der... Ganto. Gucken was der ist, oder was der kann. Achso, der will einfach nur gegen mich kämpfen. Naja. Immerhin mal ein Kampf. So, schöne Nahkampfattacken einsetzen. Der Mensch, der Halt. Der Mensch, der Halt. Aufwand. Da. 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 Aber wir reichen auf jeden Fall, um ihn zu besiegen. Zack, kann man besiegen. Und Levelaufstieg, jawohl. Und noch ein Levelaufstieg. Das war wohl sehr gut, dass ich den mal besiegt habe. Oh, ich habe einen Fünf-Sterne-Dragon Ball bekommen. Sehr schön. Die roten Punkte sind wohl immer diese Teleporter. Gehe ich mal hier vorne, hier ist auch gerade diese Station gewesen. Wo ist sie denn? Hä? Müsste ja hier irgendwo sein. Oh, den ist ja schon lang, habe ich gar nicht gesehen. Schlecht. Okay. Grundsätzlich sehe ich hier noch nichts. Ah, da steht ein Questgeber. Kamehameha-Pose. Okay, ich habe aber noch keinen, aber noch keinen Kamehamehara. Oder gibt es das hier? Ach doch, da können wir was machen. Genki-Gama-Pose. Okay. 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 Ich habe noch einen schönen Tag. Ich habe noch einen Kamehamehara-Pose. Ich glaube, ich habe noch einen ganzen Tag. Ich habe dann noch einen Kamehamehara-Pose. Keine Ahnung was der wirklich zeigen will, ich kann es auf jeden Fall nicht. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Ne. So, da ist ein Teleporter. Da gucken wir jetzt mal, ob wir noch was kämpfen können. Hier liegt nur Zeug rum. So, ich will jetzt... Ah, ich habe es eben noch nicht, glaube ich. Mr. Satans Haus? Okay. Dritte große Zeit im Endeffekt. Dritte große Zeit im Endeffekt. Ich denke, kann man ein paar Aufgaben erfüllen. Mr. Satan. da wäre es dieser leibwächter ich schließe 5 Quests ab, ok Jo, kann man ja machen, ähm, gut mehr kann ich hier wohl nicht tun Das ist Simon, hm, dann kommt jetzt hier wieder raus, auch da so so Das war's für heute. Naja, jetzt habe ich erst mal genug von den ganzen Bereichen, ich will jetzt erst mal weitermachen. Da schließe ich jetzt auch mal noch was sehen hier. Dafür laufe ich jetzt noch mal wieder zur Zeitkapsel. Und schneller. Zulie. Hm, hier hat mir was gegeben, naja, warum nicht. Da haben wir hier einen Chu. So, was gibt es hier? Wettkampf empfangen. Okay, hier gibt es Wettkämpfe. Wahrscheinlich ein Multiplayer gegen andere Spieler in einem Turnier spielen kann. Hier wollen wir jetzt aber mal eine Zeitpatrouille noch machen. So, laufe jetzt mal hier hin. Tadam. Tadam. Ah, mal fangen an zubeutet laufen. Also hier kann ich das nochmal zocken was ich quasi schon gespielt habe. Das war bis jetzt noch nicht viel. Ok. Dann muss ich wohl jetzt erstmal zum Ausbilder laufen. Warte. Gehen wir erstmal zu Yangtzu. Ob man was der noch will. Ja. Nee. So einfach querfällt ein Nibu. Ich brauche keinen Teleporter für die kurzen Wegstrecken. Hm. Hm. Ja super das wusste ich auch, dass ich mit Frieser verwand bin. Ich bin schon geschafft. Ah hier ist der Kaioshin. Was das? Jetzt kann ich campen. Jetzt kann ich eine Fortschrittlichkeitstests absolvieren. Okay indem ich einfach alle geknackert mache. Tja. Aber ich merke ich kann ihm trotzdem noch nicht viel Charter zu tun. Ja. 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 So, drei Gegner besiegt. Und ein neuer Gegner, Tension Hun. Ja, 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 ja! Das fand ich cool, der Gegner versucht mich zu erwischen, ich versuche ihn zu erwischen. Aber der bewehrt sich gar nicht. Da habe ich auch mal erwischt. Das sind so viele kleine Bewegungen. Bleib ruhig. Und behalte es bis zum Schluss. Okay, das ist schon eine große Sache, oder? Losen die Hände! Ich bin halb tot. Einer kommt noch. Piccolo. Das Gegner. Dad! Ah, da hat er mich erwischt. Hätte ich mich angestrengt, hätte ich vielleicht auch geschafft, aber sollte noch etwas trainieren. Weil mein Charakter natürlich noch Level 9 ist, noch nicht so weit ist. Ja, ähm, laufen wir denn als nächstes hin. So, ein Level besser werden. Ach so, das hatte ich ja schon. Ich gehe jetzt erstmal zum Kaioshin. Schauen wir mal, was ich hier noch trainieren kann. Hau sie weg! Naja, schauen wir mal, was da passiert. Hm-hm. Okay. Ah. Ach jetzt, hey, hier sind so Art Tutorials. Okay, gut. Na ja, mach ich jetzt einfach mal das eigene. Super! Witzboils, hab ein Gamepad! Witzboils. 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 Ja gut, diese Moose, wie herrsche ich ja alle. Was man auch eben gesehen hat. Witzboils. Ach quatsch. Tick, hab ich das jetzt auch geschafft. Was ist dieser Typ? Diese Kraft! Mhm. Okay. Das ist eine Herausforderung, kann man machen. Nicht schlecht. Die muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal alle absolvieren. Ich könnte mich aber auch einfach mal... Ist hier so ein... Ist hier noch so ein Roboter irgendwo da? Gehen wir noch... Mal zu den ganzen anderen Bereichen hin. Gehen wir noch mal hier hin. Urlaubsfeld. Okay. Oh, hier liegen ein paar Sachen rum. Ach! Wie geht's? Alter... Da haben wir einfach so weit... Okay, hier kann ich erstmal nichts machen. Im Karma Haus. Das ist... Was der Herr der Schildkröten hat. Wer... Eben das was sagt. So... Hm... Hier kann ich glaube ich nichts machen. So... Hier kann ich glaube ich nichts machen. Oh boah älteste... So... Ah, da ist hier einer dieser Brüder. Ah, da ist hier einer dieser Brüder. Okay, hier kann man regelmäßig Quests annehmen. In der Regel trifft es meistens, wenn mal irgendjemanden kaputt hauen. Geht's zu den Dragon Balls. Hm. Ja ok, ich muss schon kämpfen, obwohl ich eigentlich wahrscheinlich noch gar nicht von Levelhills so weit bin, naja gut, das ist die erste Herausforderung, mal gucken. Naumic Verteidigung, 3 Dragon Balls holen. Werteidigung, Denizons und Namik. Ich wünsche euch den Linken, Lord Dragon Balls. Sie haben nach dem Dragon Balls. Bitte, wir müssen sie für uns beschützen. Entschuldigung, ich kann nicht nur meine Mission machen. So. Ah, da sind die Dragon Balls. Na klar. Ha, 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 ha. So you choose to die, rather than give up your Dragon Balls. Oh, ich bin so ganz gerafflich, dass man muss, ach das ist die Zeitmaschine, ah ok. Oh, ah. Da sind aber die Dragon Balls. Da sind die Dragon Balls. An der Dragon Balls ist ein sicherer Keister von Namik. Ich werde nid, nicht die nicht, ich nicht! So, die klopfen sich irgendwo, ich kann auch die Dragon Balls einsammeln, auch nicht schlecht. Okay. Was ist das denn? Ich will sie wohl einmal platt machen. Was soll ich eigentliche, was soll ich tun? Hallo! Hallo! Oh! Ja! Daddy! So! So! Oh, ist Frida auch gesiegt? Okay, der ist zu unpräzise. So! 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 aufgestiegen okay Ich kann wahrscheinlich jetzt bei dem Fädenbereich mal hin. Jetzt muss ich noch zum Bereich da unten. Hm? Oh, hier war ich schon. Nicht hier. Ja. Gehen wir mal da hin. So freezes Orbit. Genau, meine Heimat fällt quasi. Oh, schick schick. Oh, 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 schick nachher. Auch nicht schlecht. Ok, jetzt habe ich alles da besucht. Kann man wohl alles mögliche sich mal anschauen zwischendurch. Hm. Dann gehen wir jetzt mal ins Wustladenbereich starten. Oh, schick. Oh, schick. Hoppala. Oh, schick. Oh, schick. Ok. Na, cool. Jetzt habe ich die Sachen soweit erledigt. Also, ich habe das mir nie mal angeguckt. Oder die Spielwelt besser gesagt. Und jetzt kann ich wieder zum Kaioshin der Zeit. Da lag noch was. Egal jetzt. Und kann jetzt hier den nächsten Questbereich machen. Ja. So. So. Dann gehen wir jetzt auf Zeitpatrouille. hier. Jetzt sind Aufnahmeeck mit Freeza. Und jetzt. Das zwei will have a hard time getting away with both de do- You'll just have to help them out. So. Solar flare! Sonnenfaust. Ja. My eyes! My eyes! Thought you could get away, huh? Okay. 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 Oh, der muss ja eigentlich nicht schwer aber... ... da gibt es ja immer kurz so. Platz. Sooo, dann kommt der Streff nicht schlecht. Jackson! Woh! Who the hell are you? You won't get away with betraying Lord Grise. Blast it! Looks like I should have set to Zoria after them. Hey! Ahh! 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 So. Yeah! Oh mein Gott, weißt du, was du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Power! Oh, nein, das war's. Oh, nein, das war's. 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 Oh, der Kon wieder einer zum Einsatz. Der gehört nicht dazu. Das war's. Ich habe keine Chance, Was ist das? Zack, besiegt. Oh, jetzt bin ich mal nicht im Level aufgestiegen. Der Doria's power level is rising. Es ist in the realen Alter, if we don't act. This is where the Chita joins in. Stop mocking me! Ja, man, so kann man eigentlich alle nicht mehr mit der gleichen Taktik-Splatte machen. Oh, dein Leben, schreit das. Das ist warum wir ein Rates von Wariens. Warte, Vegeta! Ich werde dir ein bisschen, wenn du mich verlassen kannst. Du hast ein Talent für das. Nicht vergessen, wie es das fühlt. Jaaaaarrr! Risa is afraid of Saiyans potential! Aber wer ist das cool gemacht gewesen? Ich glaube so bevor er auch noch nicht... Das ist wie eine Serie nachgemacht wird. Ja, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich habe andere Dinge zu tun. Du gehst das auch an, das zu machen. Hey, waren Sie sogar sogar listening? Ja, ich weiß, aber ich bin wirklich... Toki Toki ist bald zu legen, so ich habe zu machen, Toki-Toki We're still don't have a plan. We'll just have to give them a pounding the next time they fool with history, right? Well, I suppose but yeesh looks like brute force. We've both got it rough. Just do your best You Oh, okay. I've always explained something about this. Yeah, well, I know this with this parallel-christ-team-registration. so jetzt sollte ich hoffentlich endlich das tutorial ich habe jetzt so eine stunde gespielt jetzt mehrere videos aufgeteilt habe und ja mal schauen wie es jetzt weitergeht und spielt es richtig durchstartet und ja es hat euch gefallen wir sehen uns bis zum nächsten mal macht es gut